Hallo, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich war wieder bei Action, musste sein und ich zeige euch heute, was ich gekauft habe. Los geht's! Ja, Action und ich, ne? Das ist, ich erzähle es nochmal, weil hier kommen ja immer wieder neue Frauen dazu, die mich vielleicht noch nicht kennen. Action ist ja so ein Geschäft, wo man erstmal von außen denkt, so ging es nämlich mir, ich wäre da gar nicht reingegangen. Wenn mein Mann kein Niederländer wäre und gesagt hätte, da musst du mal reingehen und dann hat das aber auch schon wieder direkt bräut, nachdem er mich da reingeschickt hat, weil ich nach einer Stunde nicht rauskam, weil Action, das ist so ein Geschäft, die kommen aus den Niederlanden und das ist phänomenal. Also ich kaufe tatsächlich Sachen, die ich nur da bekomme, gewisse Reinigungsmittel, die zeige ich euch auch gleich, aber man findet auch immer andere tolle Sachen. Wir haben zum Beispiel einen Garten, vielleicht fange ich damit jetzt gleich mal an. Ich habe den nicht hier, meinen Buddha, aber ich habe mir tatsächlich hier so einen großen Buddha gekauft für 14,95 Euro und der wurde dann mir noch etwas reduziert, weil er hatte so kleine Abplatz, also da waren so kleine Stellen kaputt, die ich mir selber ausbessere, überhaupt kein Ding. Ein wunderschöner Buddha und halt nicht so ein typischer deutscher Buddha. Also ich weiß, Buddhas sind die Gartenzwerge der jetzigen Zeit, wurde mir auch schon mal erzählt, das finde ich sehr lustig und es gibt aber so Buddhas bei Obi, die gefallen mir nicht so. Die sehen so speziell aus. Ich finde, meine Buddhas müssen immer so ein besonderes Gesicht haben, was mich so anspricht. Das ist also Action. Action findet ihr nicht überall, also das gibt es auch nicht in allen Städten. Ich glaube, in den meisten großen deutschen Städten habt ihr Action. Ihr könnt mal gucken im Internet, ob ihr die Geschäfte findet. Da gibt es so einen Storefinder und ich fange sofort mal an. Ich habe hier neben mir stehen mein Geschirr. Also ich habe da auch tatsächlich ein Geschirr entdeckt, was mir sehr gut gefällt und wo ich mir jetzt nach und nach immer wieder Teile nachtaufe. So wie jetzt diese vier. Ich habe mir jetzt vier von solchen schönen Tellern gekauft. Das sind hier solche Suppenteller. Ich finde, das ist ein wahnsinnig schönes, zeitloses Motiv. Ja, da sind ja die Geschmäcker verschieden. Ihr findet bei Action auch ganz tolle so Steingutsachen, aber das ist, glaube ich, echt so ein Trend. Da könnte ich mir vorstellen, dass mir das in ein paar Jahren nicht mehr gefällt. Wogegen diese Sachen finde ich sehr schön. Die sind auch so stabil. Also ich meine, ich habe Kinder und da passiert es öfters mal, dass ein Teller runterkracht und bis jetzt ist noch nichts kaputt gegangen. Ich finde sie sehr schön. Ich kaufe mir da, wie gesagt, immer mal wieder so vier Teile, bis ich da irgendwann alles zusammen habe. Was ich auch gefunden habe und so, so zauberhaft finde, sind so kleine Ohrstecker. Die sind in so wieder, das ist wieder Sterling Silber und so kleine Zirconia-Steine. Das ist natürlich nichts Echtes. Logisch. Ihr habt 60 Prozent Silber steht hier und 40 Prozent Glas. Aber die sind zauberhaft, die glitzern, die glänzen. Ich finde sie total süß und freue mich, die jetzt viel zu tragen, weil ich ja gerne solche kleinen Ohrringe, gerade im Sommer, wenn es warm ist oder jetzt, wenn die Temperaturen steigen, mag ich das oft nicht, so große Ohrringe. Dann stört mich da wirklich alles, was an meiner Haut kommt. Und deshalb finde ich die kleinen sehr schön. Zum Thema Sommer. Ich gehe ja auch gerne in die Sonne, aber schütze mich. Ich trage also echt immer gut Lichtschutzfaktor auf, vor allen Dingen Gesicht, Dekolleté, Hals. Da müsst ihr wirklich aufpassen. Das sind so diese empfindlichen Zonen, wo man sich nicht verbrennen möchte, die Haut nicht so fleckig haben möchte. Ich finde so an den Armen, ich habe jetzt übrigens hier einen mega blauen Fleck. Das ist jetzt kein Sonnenbrand oder so, es ist einfach nur ein richtiger fetter blauer Fleck. Aber egal. Und hier oben im Gesicht. Und jetzt dachte ich mir halt, wenn man dann im Garten ist, kann man ja auch mal hier so eine Mütze aufsetzen. Geht jetzt schwierig, weil ich meinen Zopf da oben noch habe. Aber die fand ich jetzt sehr süß. So eine Rosé-Lachsfarbene. Ja, ich weiß nicht, ob ich damit so draußen rumlaufen würde, aber im Garten. Was ich bei Action liebe und mir jetzt auch immer mehr nachkaufe, sind meine geliebten Invisible Hipster. Das sind diese Slips, die quasi keinen Popo abzeichnen unter der Hose oder unter dem Rock. Je nachdem, was ihr gern tragt. Die sind ganz weich. Also ich finde sie wundervoll, wirklich. Ich trage sie ganz gerne. Also das ist natürlich hier Polyamid. Müsst ihr halt wissen. Es gibt ja Frauen, die wollen nur Baumwolle auf der Haut. Hier ist Polyamid und Elastan. Aber ich liebe die sehr. Ich trage die so gerne. Ich mag die Farben, die Muster. Und die sind sehr günstig. Und deshalb kaufe ich die immer wieder nach. Genauso, was ich jetzt auch tatsächlich nachgekauft habe. Man mag es kaum glauben. Aber ich habe es leer bekommen. Ist mein... Oh, ich liebe dieses Schaumbad. Das ist einfach mal so gut. Zwei Liter Schaumbad. Das ist wirklich schwer. Und ich habe es leer bekommen. Das ist mit Milchsäure. Da ist jetzt Buttermilch drin. Und eure Haut. Also so geht es mir. Erstens mal mag ich den Geruch ganz gerne. Es schäumt total. Und die Haut wird so richtig schön glatt. Also ich gehe tatsächlich gerne baden damit. Und ich nehme dann auch meine Kleine mit in die Wanne. Oder meinen Sohn, wenn die baden wollen. Da mache ich dann natürlich dann ganz wenig nur rein. Aber ich finde es sehr angenehm. Und ja, es ist ein richtig... Und ich mag auch diese Flaschen so gerne. Und die kommen auch direkt aus Holland. Das ist ein holländisches Produkt. Wird auch in Holland hergestellt. Dann habe ich jetzt mal was eingepackt. Nicht für die Wohnung, sondern für den Garten. Und zwar dieses Popcorn. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben Popcorn gemacht. Bis jetzt eben bald dann. Weil wir haben im Garten eine Mikrowelle. In der Wohnung nicht. Und jetzt dachte ich mir, wäre doch lustig. Wir machen mal Popcorn. Ich habe es noch nie probiert. Ich habe keine Ahnung, ob es schmeckt. Das ist das Süße. Gibt süß und salzig. Und ja, das musst du jetzt mit. Was ich gebraucht habe, was sehr praktisch ist. Für mich ist eine Küchenuhr. Ja, habe ich auch noch nicht. Hört ihr auch schon, wie sie bimmelt. Ich weiß nicht. Ich habe immer ohne Küchenuhr bis jetzt gekocht. Aber ich merke schon so, meine Kleine da rumwuselt und mein Sohn. Und dann will mein Mann noch was. Und dann schmeiße ich da die Pasta zum Beispiel in die da ins Wasser. Dann denke ich so, wann habe ich die jetzt reingemacht? Oder bei Aufläufen oder irgendwelche Sachen, wenn ihr was aufbackt oder so. Das nervt mich. Und jetzt möchte ich mir angewöhnen. Dann drehe ich an diesem Rädchen. Und natürlich mache ich auch noch immer einen Test. Und so keine Frage. Wir haben eh einen relativ alten Gasherd. Also wir kochen auf Gas. Und wo man eh so ein bisschen nach Gefühl und so kocht. Was ich ja sehr schön finde. So ein bisschen intuitiv. Und riecht und so testet. Und nicht einfach nur in der Maschine, die alles macht. Aber so eine Uhr, finde ich, die brauchte ich jetzt. Das, also was ich bei Action immer liebe und kaufe. Ja, Fatsch. Habe ich euch auch schon gezeigt. Das ist so, so gut. Könnte ich mich reinlegen. Vanille. Das ist Soft. Plombenzieher. Sagt euch das was? Super lecker. Komme auch aus Holland. Und ja, könnte mich daran echt überfressen. Mache ich aber nicht. Ich habe ja nur eine Tüte. Und wenn die leer ist, ich gehe ja nicht jede Woche zu Action. Und was aber auch so gut ist, das können ja die Holländer auch so gut. Das sind diese Katjang, Pedis, Spicy. Das sind Nüsse und die sind Pikantgewürze. Erdnüsse steht hier auch drauf. Oh, da haben die ja, wenn man in Holland ist, in den Geschäften so viel. Also das ist jetzt nur eine kleine Auswahl davon. Aber das nehme ich auch immer mit vom Action. Also ich finde, Action ist immer so ein kleines bisschen Holland. Für mich. Dann brauchte ich Feuerzeug für meinen Grashärten. Habe ich ja gerade erzählt, in der Küche. Und da fand ich das so lustig mit diesen Pelikanen. Also das ist doch echt mal ein schönes Sommerfeuerzeug. Das habe ich mir jetzt auch eingepackt. Also drei Stücken Pfau und zwei mit Pelikanen. Ja, musste mit. Dann habe ich noch sowas gefunden. Ich hoffe, dass es nicht schmeckt. Da muss ich es nämlich nicht nochmal nachkaufen. Das ist dieses Cookies mit Erdnussbutter und Milchschokolade. Ich glaube, wenn ich jetzt das Video abgedreht habe, dann werde ich mir da sofort einen reinwerfen. Mache ich aber erst, wenn ich fertig bin, weil sonst sitze ich hier und kau die ganze Zeit. Ja, bin ich sehr gespannt. Hoffe, sie schmecken nicht. Und dann habe ich mir noch was ganz Praktisches eingepackt, weil ich ja, ihr wisst ja, ich habe da so eine Pflanzenexplosion in meinem Wohnzimmer. Und zwar einfach diese Töpfe. Die fand ich sehr günstig. Ich bohre die dann mit einer Schere hier unten immer an. Also da sind so kleine Dinger. Das ist ja immer sehr wichtig. Und dann kann man die da erstmal auf den Teller stellen oder in einen schönen Übertopf. Da habe ich jetzt nichts gefunden. Ich wollte eigentlich noch einen schönen Übertopf. Die hatten so schöne Körbe, aber da war ja innen nur Korb. Da wäre mir ja dann das Wasser reingelaufen von den Pflanzen. Das geht nicht. Da hatte ich bei Obi schönere Sachen entdeckt. Aber das ist auf jeden Fall sehr praktisch und wichtig, wenn ihr eure Pflanzen umtopft. Bevor ich euch jetzt gleich die ganzen Reinigungssachen zeige, wo ich wieder eskaliert bin, zeige ich euch noch was Praktisches. Ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben jemals schon mal Wäscheklammern gekauft habe. Jetzt habe ich es getan. Und die sind für den Garten. Weil wir hatten im Garten letztes Jahr irgendwie nur vier Klammern. Und da hing dann auch immer nur meine Bikinis dran. Und das hat mich dann irgendwann genervt. Also ja, ich habe es nicht geschafft, letztes Jahr Klammern zu kaufen. Dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, jetzt bevor das losgeht, die Badezeit, Klammern habe ich jetzt auch. So, und jetzt geht es los. Was ich mir mitgenommen habe, ist dieser Air Refreshener Lavendel Patchouli. Das ist also ein Lufterfrischer. Das ist so eine kleine Flasche. Und ich sprühe jetzt auch direkt. Ich habe es noch nicht probiert, aber ich weiß, dass es gut ist. Ja, Lavendel. Oh, so gut. Lavendel Patchouli. Oh, oh, mega. Oh, ich muss gleich mal hier mal kurz sprühen. Oh, ist das gut. Wollte ich eigentlich für den Garten. Geht da nicht hin. Bleibt jetzt erst mal hier in der Stadt, weil ich brauche das. Ich werde dann direkt wieder zum Action fahren und mir gleich noch zwei solche Flaschen holen. Oh mein Gott, ist das gut. Oh, Lavendel Patchouli, aber so gut. Ja, der Hammer. Und das ist Bio. Also diese ganzen Reiniger sind biologische Produkte. Ihr könnt auch in den Bioladen gehen, sehr viel Geld bezahlen. Oder bei Action, diese schön, und die sind dann auch nicht so hübsch wie diese Flaschen. So, dann habe ich mir noch mitgenommen, zweimal mein Waschab-Spülmittel, Spüli. Das ist das Wort. Ich brauche es für den Garten und ich brauche es für die Wohnung. Es riecht so gut. Wenn ihr damit spült, das ist jetzt Orange Jasmin. Das ist einfach, ich weiß nicht, ich will kein Frosch und wie das Zeug alles heißt, kaufe ich nicht mehr. Ich kaufe nur noch das. Und dann habe ich noch zwei mitgenommen. Und zwar mein Badrum, äh, mein Badrum, wie rede ich denn? Mein Badreiniger, der kommt jetzt hier in die Wohnung und den Kitchen Cleaner, der ist auch so der Hammer, den hatte ich noch nicht. Und dann hat mir eine liebe Followerin geschrieben bei Instagram, mit der schreibe ich ab und zu hin und her. Und die hat mir irgendwann geschrieben, ah, ihr, der ist mit schwarzem Pfeffer, dieser Kitchen Cleaner, dieser, der hier, ja, und der ist so, so gut. Also ich, der neutralisiert tatsächlich Gerüche, ne? Wir hatten letzte Woche sowas ganz holländisches, ungesundes gemacht. Wir haben nämlich einen Supermarkt in der Stadt gefunden, wo man holländisches Essen kaufen kann. Also so dieses Frikandel, Krokettjes, äh, diese Bami's Reif, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich glaube, alle, die in NRW wohnen, die wissen, wovon ich rede. Und wir haben ja keine Fritteuse. Und dann haben wir also in so einem Topf Öl reingemacht, Trapsöl, und haben dann da frittiert. Mein Mann, wie ein Wahnsinniger. Und es war so gut. Und wir haben noch was im Kühlschrank. Und ich glaube, wir machen das wieder. Aber danach hat wirklich die Wohnung sehr extrem gerochen. Also die Küche vor allem. Wir haben schon die Tür zu gehabt und Fenster auf, aber die Küche hat schon dann einen eigenen Geruch bekommen. Und damit neutralisiert ihr das. Ich habe dann den benutzt und tatsächlich, dann war es weg. Dann sind die Gerüche weg. So, jetzt ruft mich meine kleine Katze. Ich glaube, ich muss jetzt aufhören. Das Video ist jetzt auch fertig. Ich habe hier alles abgedreht für euch. Steht hier noch was? Nein, alles ist gezeigt. Ja, Action ist, wie gesagt, immer eine Reise wert. Ihr könnt da so schöne Sachen auch für die Kinder kaufen. Also Spielsachen, Play-Doo-Knete, Bastelbedarf. Das haben wir ja noch nicht. Also meine Kleine ist noch nicht so weit, dass die jetzt so basteln möchte. Aber alle Mamas, die so Mädchen haben, die gerne basteln, kennt ihr ja wahrscheinlich mit so Glitzer und allem Gedöns. Dann geht mal zur Action. Es ist einfach so günstig. Die haben so schöne Sachen. Und ich freue mich schon echt, wenn meine Kleine so weit ist und wir mit Basteln anfangen. Dann werde ich da weiter eskalieren und euch weiter dahin mitnehmen und euch die Sachen zeigen. In meinem nächsten Video, ich habe ja gerade schon drüber geredet, ist der Sonnenschutz. Und zwar möchte ich euch in meinem nächsten Video so meine liebsten Produkte für die Sonne zeigen. Also ich habe diverse Sachen, die ich gerade suchte, wenn wir auf dem Land sind und ich dachte mir, das ist vielleicht für euch auch interessant. Deshalb gibt es da ein Video. Falls ihr das nicht verpassen wollt, solltet ihr mich kostenfrei abonnieren hier unten. Dann seid ihr wieder mit am Start. Schaut gern regelmäßig hier bei mir vorbei. Es gibt immer so zwei bis drei Videos. Auf Instagram freue ich mich auch total, wenn ihr mir Hallo sagt und mich da begrüßt und mir folgt. Meldet euch da echt gerne und schreibt mir, dass ihr von YouTube kommt. Freue ich mich total. Und ihr habt Daumen nach oben. Ich sage es immer wieder, weil es ist schon wichtig. Viele wissen, glaube ich, gar nicht, wie wichtig für uns YouTuber das ist, dass ihr uns Daumen gebt. Auch Daumen runter, ist egal. Hauptsache ihr agiert auf uns. Das ist total wichtig. Und schreibt uns Sachen in die Kommentare. Das ist auch immer wichtig. Und ich freue mich auch über Kritik. Aber vielleicht mache ich da nochmal ein Video zu, wenn so komische Kommentare kommen. Die lösche ich nämlich. Ja, das erkläre ich auch gerne nochmal, warum. Da kamen in der letzten Zeit ab und zu komische Kommentare, wo ich dachte, was will die Frau jetzt von mir? Oder was will die Frau von einer anderen Abonnenten von mir? Wo dann komisches Zeug in die Kommentare geschrieben wurde. Und das lösche ich sofort. Ah, da mache ich auch gerne mal ein Video dazu. Und möchte ich aber jetzt gar nicht drauf eingehen. Also ich bedanke mich total, dass ihr bei mir seid, auf meinem Kanal gelandet seid, dass euch meine Videos gefallen. Und dann wünsche ich euch einen wundervollen Frühling. Mai, genießt es einfach. Bis bald. Bis bald.